Erster Testtag für mich hier am Robo King. Oder generell erster Testtag im Trocknen. Das war für mich sehr positiv. Natürlich, das Level ist hoch in dem GT Masters, das wissen wir. Der Anspruch an uns selber ist natürlich auch hoch und deswegen ist es auch ein wichtiger Test, weil jetzt in zwei Wochen ist dann der offizielle Test des ADC GT Masters im Normal-Ausitzring. Deswegen war heute auch nochmal ein wichtiger Tag. Erstes Gefühl für das Auto zu bekommen, auch das erste Gefühl mal für einen neuen Satz Reifen, weil der ist ja sehr, sehr speziell in der Serie. Das heißt, die Reifen werden ja immer aufgewärmt und müssen ja, sag ich mal, sozusagen bearbeitet werden, bis sie in ihrem Fenster ankommen, wo sie am besten arbeiten. Das heißt, die Vorderachse und die Hinterachse sind auf einem Temperaturniveau. Das ist der Schlüssel, zu versuchen, die Vorderreifen auf Temperatur zu bekommen und das gleichzeitig mit den Hinterreifen, dass man genau für diese ein, zwei Runden maximalen Grip hat und diesen Peak, diese ein, ja, oder vier, fünf Zehntel für diese eine Runde optimal zu nutzen. Es ist ja so, dass jedes Auto hat ja seine eingespielte Co. Das spricht mit Fahrzeugingenieur, mit, ja, mit zwei Mechanikern, mit dem Mechaniker, der hauptsächlich um die Reifen kümmert, was ein wichtiger Part ist. Und da sind natürlich die Kommunikationskanäle, die muss man schärfen, das muss man wieder aufeinander einspielen. Dann auch jetzt mit der neuen Fahrerpaarung zum Teil ist es auch wichtig, dass die Kommunikation da stimmt. Da haben wir natürlich dann auch hohe Ansprüche an uns selbst als Team und, denke ich, deswegen war es auch ein wichtiger Tag. Jetzt ist diese akrimische Arbeit, diese Feinarbeit, um diese, sagen wir mal, letzten Zehntel rauszukitzeln, das ist immer schwierig. Das ist egal, wo, das ist immer sehr schwierig. Und das gilt es jetzt umzusetzen. Es ist, also ich weiß natürlich auch aus der Erfahrung von den letzten zwei Jahren, wie hart das GT Masters ist, wie, ja, wie soll ich sagen, wie hoch die Latte auch im GT3-Sport insgesamt hängt. Also einfach ja acht Hersteller, Standardreifen, viele Fahrer, die diese Fahrzeuge jedes Wochenende fahren. Es geht darum, zu unterstützen, zu verbessern und gemeinsam mit dem ganzen Team eben, sag ich mal, in eine Richtung einzuschlagen, die Richtung Erfolg geht. Weil das wollen wir alle im Endeffekt. Man muss natürlich sehr, sehr erfahren. Und wenn man da eine Frage hat, oder der ein oder andere Fehler passiert, und man kann sagen, okay, das könnte man so vermeiden, oder probiere es mal so in der Kurve. Man kommt schneller an den Punkt, den ich eben schon angesprochen hatte, als alleine. Weil dann macht man die Fehler selber und dann lernt man erst davon. Aber man kann ja auch von den Fehlern von anderen lernen. Das ist, sag ich mal, was macht der Kluge. Und das ist natürlich jetzt hier perfekt in der Teamkonstellation mit meinem Teamkollegen und mit Timo. Daher definitiv ein positiver Tag gewesen. Ich konnte viel lernen. Und jetzt muss ich es umsetzen für die nächsten zwei Testtage. Das ist ein bisschen besser.